Musik Mein Name ist Hubert Dreyer, ich bin Inhaber eines Hotels, das Michels-Bohlfühl-Hotel hier in Schalkenmeeren, am Schalkenmeeren Amar. Unser Betrieb verfolgt eine gewisse Philosophie, dass wir auch hier in der Gegend verwurzelt sind und der Gast das auch erkennen soll. Und wir bemühen uns intensiv, dem Gast unsere Landschaft näher zu bringen, indem wir für ihn Ausflüge organisieren und versuchen das auch mit der Küche, in der wir überwiegend regional einkaufen. Wir haben hier rund ums Hotel praktisch neun Maren und die Gäste sind auch so hellauf begeistert, weil die meisten gar nicht wissen, wo sie hinkommen und dann total überrascht sind, was sie hier vorfinden. Ja, mein Lieblingsplatz ist nicht weit hier vom Hotel am Schalkenmeeren Amar. Also die Vulkaneifel möchte ich nie mehr missen. Wir freuen uns auf See. Musik Musik